Um den Missbrauch des CyberGhost-Dienstes durch Spam-Versender zu verhindern, blockiert das Netzwerk ausgehenden Mail-Traffic. Möchtest du trotzdem Mails versenden, während du anonym mit CyberGhost surfst, setze deinen Mail-Server auf eine Ausnahmeliste. Dadurch erlaubst du deinem System, diese Adresse außerhalb des CyberGhost-Tunnels aufzurufen und deine Mails auf den Weg zu bringen. Starte CyberGhost VPN und klicke auf das Zahnrad-Symbol in der oberen rechten Ecke des Programmfensters, um die Client-Einstellungen aufzurufen. Im Einstellungsdialog klickst du anschließend auf Erweiterte Einstellungen anzeigen und aktivierst das Register Ausnahmen. Die gebräuchlichsten Mail-Programme erkennt CyberGhost automatisch und fügt die dort hinterlegten Serveradressen selbstständig ein. Klicke hierzu einfach auf E-Mail-Einstellungen automatisch erkennen. Sollte CyberGhost die Adressen nicht automatisch erkennen, musst du sie manuell eintragen. Tippe hierzu die jeweilige IP-Adresse oder den Host-Namen in die Eingabemaske mit der Bezeichnung Host IP hinzufügen und klicke anschließend auf die Schaltfläche Ausnahme hinzufügen. Verlasse das Fenster, indem du deine Änderungen mit einem Klick auf OK bestätigst. Beachte bitte, dass dein ausgehender Mail-Traffic über die hier angegebenen Server nicht anonymisiert wird.